Hey was geht, mein Name ist Niklas, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch eine Strategie, mit der ich in den letzten zwei Monaten aus 3000 Euro knapp 20.000 Euro gemacht habe. Das Ganze ist eine Ad-Strategie, keine Facebook-Ads, keine Google-Ads, sondern Instagram-Theme-Page-Marketing. Das heißt einfach, man kauft Shoutouts auf Instagram bei solchen Pages. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, Schritt bei Schritt, erkläre euch ein bisschen die Theorie dazu und dann werden wir gemeinsam einen kompletten Shoutout schedulen und ich nehme euch da einfach komplett mit. Also, let's go! Wir sind jetzt immer im Bildschirm und ihr könnt hier oben nochmal Screenshots sehen von meinem November und Dezember. Also ich habe knapp 23.000 Dollar Umsatz gemacht, circa 20.000 Euro, mit einem Ad-Spend von 3.452 Dollar, auch circa 3.000 Euro. Und das Ganze war ein durchschnittlicher ROAS von 6,7, also Return on Ad-Spend. Also für jeden Dollar, den ich bezahlt habe, habe ich 6,7 Dollar rausbekommen. Und das lohnt sich schon extrem. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich vorgegangen bin, welche Ad-Methode ich verwendet habe, nämlich Instagram-Theme-Page-Ads, keine Facebook-Ads, weil leider auf Facebook-Ads gebannt. Und genau, let's go! Also in diesem Video werden wir zuerst mal die Theorie unten durchgehen in diesem Dokument. Dann werden wir live Seiten heraussuchen und anschreiben. Und ich zeige euch, wie ich diese Seiten selektiere, beziehungsweise analysiere und dann entscheide, welche ich anschreibe. Dann werden wir eben die Konversation mit dem Admin der Page haben, Preise verhandeln, wie das ganze Zeug funktioniert, wie ich da vorgehe. Dann die Frage natürlich, wie bezahlen wir und wie bezahlen wir sicher, ohne gescammt zu werden. Da gibt es eine wichtige Methode. Und dann zu guter Letzt werden wir unseren Spreadsheet ausfüllen. Ich habe ein Template gemacht, ich habe euch das in die Beschreibung gepackt. Mal schauen, vielleicht müsst ihr mich auf Instagram, müsst ihr mir folgen und mich anschreiben, damit ihr das bekommt, das muss ich mir noch überlegen. Aber folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn es schon gesagt ist. Genau das werden wir machen und diesen Spreadsheet ausfüllen. Und dann am Ende des Videos eine Ad live auf Instagram haben. Das Ganze hier ist ein echter Prozess. Also höchstwahrscheinlich werde ich ein paar Parts zensieren müssen, weil es wirklich für einen Store von mir ist. Aber so könnt ihr auch zu 100% sicher sein, dass es das ist, was ich mache und das ist, was ich auch gemacht habe, um diese Resultate hier zu erreichen. Also verzeiht mir, aber ich werde da immer dazu sagen, was ihr tun müsst, wenn es bei mir zensiert ist. Also zuallererst schauen wir uns kurz die Theorie an, wie das Ganze funktioniert und was dafür gebraucht wird, damit es funktioniert. Also ganz am Anfang, das Produkt muss zur Audience, also den Followern der Seite passen. Wir schreiben da Instagram-Seiten an. Es gibt für alle möglichen Themen Seiten. Für Beauty, für Fußball, für Tennis, für Blumen, für Gärtnerei. Bei allen möglichen Themen gibt es Seiten, die nennen sich sogenannte Theme-Pages, also Themen-Seiten. Ihr habt das sicher schon gesehen. Und auf diesen mieten wir uns sozusagen einen Werbeplatz. Also wir bezahlen den Admin, damit er dort unsere Werbeanzeige hochlädt. Und natürlich funktioniert das nur, wenn wir ein Produkt haben, welches die Follower dieser Seite auch haben wollen. Es bringt nichts, wenn ich einen Fußball auf einer Beauty-Seite verkaufe, also einen richtigen Fußball. Da muss ich schon zu einer Instagram-Theme-Page gehen, die an Fußballer adressiert ist. Zum Beispiel Fanpage von Messi, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung wie die heißen, aber eine, die halt Fußball-Clips hochlädt. Ich glaube ihr wisst, worauf ich hinaus will. Genau, also das ist ganz wichtige Information. Das Produkt muss zur Audience passen, sonst funktioniert die ganze Strategie nicht. Zweiter Punkt, unbedingt auf die Engagement-Rate achten und nicht auf die Follower-Anzahl. Das ist ein ganz schwerwiegend Fehler. Nur weil eine Page eine Million Follower hat, heißt es nicht, dass sie gut performen wird. Vielleicht haben die Beiträge nur 100 Likes auf dieser Seite und die Seite hat alle ihre Follower gekauft. Deswegen immer Engagement-Rate ausrechnen lassen. Ich nehme hier diesen Calculator. Werden wir auch später im Video noch sehen. Dritter Punkt ist immer Preise verhandeln. Also man kann nichts verlieren, wenn man versucht zu verhandeln. Aber da kommen wir auch zum vierten Punkt gleich. Immer freundlich sein. Also wir wollen hier Business machen und das funktioniert am besten, wenn beide Parteien gewinnen. Also das heißt, der Admin von der Seite bekommt Geld und du machst mehr Geld. Und das bringt nichts, da irgendwie aggressiv drauf zu drücken, aggressiv zu verhandeln. Das schreckt die Admins nur ab und ihr werdet keine guten Preise bekommen. Meine Strategie ist, ich war immer freundlich, ich war super freundlich und habe deswegen auch super gute Preise bekommen. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Fünfter Punkt. Nur Paypal Waren und Dienstleistungen. Zahlungsmethode verwenden. Also Paypal Goods & Services. Das bedeutet, ihr bezahlt diese Admins meistens mit Paypal, eigentlich zu 100% mit Paypal. Und da wählt immer die Goods & Services Variante aus, aus dem Grund, wenn euch der Admin scant und die Ad nicht hochlädt, könnt ihr bei Paypal so einen Case machen und dann bekommt ihr euer Geld zurück, wenn die Leistung sozusagen nicht erbracht wurde. Also immer diese Variante verwenden, vor allem wenn ihr größere Geldbeträge überweist, wenn ihr mal 10 oder 15 Euro über Freunde und Familie schickt, auch kein Problem. Und zuletzt bei der Theorie noch ein Tipp von mir, einen anonymen Account verwenden. Das heißt, auf der Instagram-Seite ist kein Beitrag, ihr habt kein Gesicht als Profilbild drin und circa 100 bis 500 Follower und vielleicht eine Einsatzcaption oder so. Ihr werdet das gleich an meinem Profil sehen. Das Ding ist, warum ich das empfehle, ist, weil wir Menschen einfach beeinflusst sind. Wir werden einfach beeinflusst. Und wenn ich als Admin einer Seite jemanden sehe, der 50 Beiträge oben hat, dann baut sich sofort entweder ein Sympathie- oder ein Gegensympathie-Faktor auf. Und das wollen wir absolut vermeiden. Also ich weiß das von mir selbst, weil ich selbst Instagram-Pages habe, zwei. Und wenn mir Leute schreiben, ob sie dort Werbung schalten können, dann schaue ich mir ihr Profil an und entscheide aufgrund ihres Profilbildes oder auf den Beiträgen, welchen Preis ich ihnen gebe. So krass es auch klingt. Ich versuche das nicht zu tun, aber das tue ich automatisch, weil sich eine Sympathie aufbaut oder eine Gegensympathie. Also empfehle ich euch, einen neuen Account zu machen, anonym, irgendein Profilbild drin, wo nicht euer Gesicht drin ist, keine Beiträge auf diesem Account zu haben. Und ca. 100 bis 500 Follower. Ihr könnt euch hier auf dieser Website ganz billig Follower kaufen. Könnt ihr mal drauf schauen. Hier könnt ihr euch irgendwie 500 Follower für 3 Dollar kaufen oder 500 Follower für 5 Dollar. Das habe ich auf meinem Account gemacht und funktioniert wirklich gut. Also genau. Okay, bevor wir jetzt direkt reinspringen, erkläre ich euch nochmal die Schritte, die wir jetzt machen werden. Wir werden zuallererst eine Zielgruppe definieren. Wo könnten sich meine potenziellen Kunden auf Instagram aufhalten? Auf welchen Seiten sind die unterwegs? Dann werden wir aufgrund dessen unsere Keywords raussuchen, dann die Keywords bei Instagram eingeben und verschiedene Pages anschauen und validieren. Durch eben die Engagement Rate und durch ein paar andere Faktoren werden das auf unserem Spreadsheet eintragen, werden die Pages anschreiben. Und dann nachher verhandeln, werden bezahlen und die Promo festlegen. Also ihnen alle Daten für die Promo eben geben, damit das reibungslos funktioniert. Und zuallerletzt die Resultate auswerten. Also das Video wird über ein paar Tage hinweg gehen. Heute ist der 9. Mal schauen. Ich habe die Promos für Montag, 11. Jänner geplant. Also vielleicht kommt am Dienstag das Video. Genau. Okay, was ihr hier seht, ist mein Instagram-Account, den ich verwende. Eben um solche Pages anzuschreiben. Also wie ihr hier seht, ein neutrales Profilbild, neutrale Caption, 290 Follower. Also perfekter Account für sowas. Und hier rechts die Analyse, die ich gemacht habe. Unser Produkt, das wir verkaufen, ist ein Beauty-Produkt. Speziell für Fingernägel. Ist ein Fingernägel-Produkt. Unsere Zielgruppe sind Frauen mit den Interessen eben Fingernägel, Beauty und dem Zeug. Aber hauptsächlich Fingernägel. Die Keywords sind deswegen Nails. Also weil wir im englischen Bereich unterwegs sind. Nails und Beauty. Hauptsächlich Nails. Und so werden wir in die DMs sliden. Also mit dem Bag und dem Hey, what are your Promo-Rates? Auf Deutsch Bag. Hey, wie viel kostet ein Shoutout? Selber Prinzip. Meistens bieten einem die Pakete an von 12 Stunden Feedpost plus Link in Bio 24, 48 Stunden Feedpost. Mit diesem Link in Bio, das ist ganz wichtig. Oder eine 24-Stunden-Swipe-Up-Story ist auch cool. Oder einen permanenten Post. Also der ist dann für immer oben. Aber meistens bieten sie immer so eine Stundenanzahl an, wie lange der Post eben oben ist. Und manche verlangen auch extra für dieses Link in Bio, was komisch ist. Aber das werden wir sehen, wenn wir dann die Angebote bekommen. Also das ist dann die Antwort auf diese Nachricht dann meistens. Und wie wir verhandeln, wie ich meistens verhandle, ist, ich nehme eine von diesen drei. Also wenn ihr irgendeinen Preis nennt, dann sage ich I can do. Also ich kann das machen und dann halt einen kleineren Preis. Oder would you do, würdest du den Preis machen oder kannst du den Preis machen. So verhandle ich eigentlich. Und wichtig ist dann, dass ihr euer Ad Creative parat habt. Also entweder euren Post oder eure Story. Eure Ad Copy. Also der Text, der dann unter der Ad steht, in der Caption. Denn meistens ist es, bei mir ist es meistens super simpel. Und es ist nur ein Call to Action. Also ihr werdet das dann sehen, wie das bei mir anschaut. Und dass ihr euren Link bereit habt. Genau das ist alles. Wenn ihr das vom Handy aus macht, ladet euch das ganze Zeug aufs Handy. Und ich werde auch vom Handy aus die ganzen Pages jetzt anschreiben. Es geht zwar vom Computer aus auch. Und dann später, wenn wir die Ad Creatives und so ihnen schicken, dann ist es vom Computer sogar fast besser. Aber um die Pages zu suchen, gehe ich jetzt schnell aufs Handy und ich haue die Handy-Bildschirmaufnahme an und haue euch da eine Timelapse rein. Und ihr könnt da sehen, was ich mache. Ihr seht jetzt höchstwahrscheinlich meinen Handy-Screen. Und ich werde einfach bei dem ersten Profil noch ein bisschen erklären, was ich mache, worauf ich schaue. Und dann später seht ihr, wie ich das in Timelapse gemacht habe. Ich habe mir jetzt die Nachricht, hey, what are your Promo-Rates kopiert. Und gehe jetzt hier auf die Lupe und gebe dann mein Keyword ein. Das sind Nails war mein Keyword. Und hier kommen schon bei mir die ganzen Accounts. Und ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Nails-Account hier. Und dann sehe ich schon mal 250k Follower. Also das schaue ich mir an. Dann klicke ich in deine Posts rein. Also das ist jetzt First Stage Validation sozusagen, ob dieser Account was taugen könnte, ob der gut ist. Dann schaue ich rein. Es ist schon mal gut, dass kein Link hier drin steht, weil sonst heißt es, dass er durchgehend Werbung macht und so. Ich klicke hier rein und sehe 1000 Likes vor zwei Tagen. Ist nicht der aktivste Account, aber ist relativ aktiv. Also vor zwei Tagen, das geht auch klar. 1000 Likes, nicht das Beste, aber kann man lassen. Fast 3000 Likes, 2200, 2200. Also hier können wir schon einen Durchschnitt feststellen. Der kriegt durchschnittlich 1000 bis 3000 Likes, dieser Account. Ist nicht der beste Account. Und man könnte jetzt hier noch die Engagement Rate ausrechnen. Ist sicher nicht die beste, aber ich schreibe ihm trotzdem eine Nachricht. Und hier auch die Lektion. Also schreibt einfach so viele Pages wie möglich an. Das Ding ist, passt ein bisschen auf, wenn ihr diese kopierten Nachrichten verwendet, dann kann euch Instagram flaggen sozusagen. Also dass ihr das für eine Zeit lang nicht mehr tun könnt, aber schreibt einfach so viele Accounts wie möglich an. Ich habe jetzt diesen angeschrieben. Was ich da mache, ist, ich klicke hier auf diesen Pfeil nach unten und schon kommen die ganzen Instagram Suggested Accounts, also die ähnlichen Accounts zu diesem Profil. Und jetzt kann ich hier reinklicken. 440.000 Follower. Und dann kann ich mir hier das anschauen. 3000 Likes, 3000 Likes, 6000 Likes. Das sieht schon mal gut aus. Also wenn er über 1000 Likes hat, das sieht schon mal gut aus. Und das Ding ist, ihr könnt natürlich dann immer die Engagement Rate noch nachher ausrechnen. Aber wenn es von der First Stage Validation schon gut aussieht, dann schreibt ihm einfach eine Message, weil auch wenn ihr euch zurückschreibt, könnt ihr ihn einfach später nicht verwenden. Und ich mache das jetzt bei ein paar Accounts. Also, Timelapse, let's go. Wie ihr sehen könntet, ich habe jetzt ein paar Pages angeschrieben und ich habe jetzt entschieden, ich werde euch einfach eine Konversation mit einem alten Admin zeigen, wo ich verhandelt habe, wo ich ihm dann alles hochgeladen habe. Da ist das selbe Prinzip. Das Ding ist nur, dann zieht ich das Video nicht so lange und ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Aber ihr werdet trotzdem alle Prinzipien, alle Schritte, wie ich vorgegangen bin, sehen. Sogar gesehen, was ich in Vergangenheit gemacht habe, damit das so gut funktioniert. Also, let's go. Zum Beispiel diese Konversation hier. Ich bin in die DMs geslidert am 14. Dezember. Hey, what are your promo rates? Und die hat dann zurückgeschrieben und da merkt man schon, das ist nicht ganz richtiges Englisch. Schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, sie kommen aus einem anderen Land, nicht der USA oder nicht Deutschland. Obwohl, vielleicht Deutschland. Aber, und wie man hier schon sehen kann, ein linker Bio for Story, 15$. Das ist halt ein richtig, richtig, richtig guter Preis. Und ich glaube, ich habe nicht mal verhandelt hier. Obwohl doch. Thank you for the quick answer. Do you have any other pages? Ich habe immer gefragt, ob sie andere Seiten haben, weil man dann immer Bundles kaufen kann. Und das ist super viel besser. Also, es ist viel besser, weil man dann einfach nicht zu viel Aufwand hat und nicht so viele verschiedene Seiten managen muss. No. Habe ich nochmal nachgefragt und dann hatte sie doch eine. Und dann wollte sie 20 für beide. Und dann habe ich geschrieben, yes, perfect. I cannot do 15 for both. Hier seht ihr das, can you do. Und hat funktioniert. Also sie hat geschrieben, okay. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob das wirklich bestätigt ist. Cool. So, 24-hour Feedback, link in Bauer, ein Story on both Pages. Yes. Okay, cool. I'll send you the money in the moment. Und dann habe ich noch gefragt, wegen der Timezone, weil ich immer, weil ich immer halt 3 p.m. Eastern Time wollte. Und deswegen habe ich immer nachgefragt, wo die Leute leben, damit sie auch zur richtigen Zeit posten. Und dann, can you post, bla bla bla, yes, send money. Und dann habe ich hier den Screenshot geschickt. Genau. Fuck, die E-Mail muss ich höchstwahrscheinlich zensieren. Noch ein Beispiel von der Seite, also hier am 22. Dezember. Hey, what are your promo rates? We charge 50 dollars, in which we do feed posts, story, link in bio for 24 hours. Also das Paket, wo ich gesagt habe, das kommt höchstwahrscheinlich am meisten vor. Also immer für 24 Stunden. Sie haben alles hier drin. Thanks. Do you have any other accounts? Und dann, perfect. Sie hatten mehrere Accounts, also konnte ich gleich mehr buchen. Und dann meistens bekommt man auch Bundle-Discounts. Also je mehr Pages, das wir haben, desto billiger geben sich die einzelnen Preise her. Also ihr versteht, was ich meine. Machen wir ja auch in E-Commerce. Wenn ihr meinen Kurs gesehen habt, habe ich immer Bundle-Discounts eingebaut. Okay, cool, thank you. How much if I take a promo on all four? Dann hat sie gesagt 160. Dann habe ich gesagt, ich kann 80. Also gleich bin ich in die Hälfte geschlagen. 160, bisschen viel. Waren zwar gute Stats bei den Pages. Also sind gute Stats. Habe ich gesagt, ich kann 80 Dollar machen. Und dann 100 nur für mich. Und dann 85 okay. Und dann 88 Paypal 4. Und dann habe ich gesagt, yeah, let's fucking do it. Und dann you can send me your Paypal. Und dann habe ich, you can send me your content first. Habe ich hier das geschickt. Und die Konversation ist weitergegangen. Und ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Also schreibt mit denen einfach ganz normal, wie wenn es ganz normale Menschen wäre. Hab ein bisschen Geduld mit ihnen verhandelt. Aber werdet nie irgendwie aggressiv und drückt drauf. Sondern immer, genau, immer so kooperativ machen. Soll eine Win-Win-Situation für beide sein. Und ich zeige euch jetzt, wie ich ihnen den Content gesendet habe. Ich werde euch das nicht live zeigen. Aber genau denselben Prozess habe ich hier jetzt nachgebaut. Also wenn mehrere Account gibt, dann fange ich an mit einer Nachricht. Die ist dann einfach Post On und dann der Seitenname. Also sagen wir mal, der Post ist auf Add Nails. Die haben wir vorhin gesehen. Post On Add Nails. Zack. Dann diese Pfeil nach unten. Und dann schicken wir, also dann schicken wir diese Nachricht ab. Dann schicken wir das Air Creative, das Bild. Dann senden wir dieses Caption absenden. Und dann, meine Captions sehen meistens so aus auf Instagram. Einfach Get This. Und dann, wenn du selbst eine Instagram-Page hast, dann fügst du hier deinen Namen ein. Also wenn unsere Page jetzt von mir aus heißt Nail Product. Nur ein Beispiel, Get This, Add Nail Product, also unsere Page. Und dann Produktname. Was haben wir für ein Produkt? Eine Nail File. Also eine Pfeile für Nägel. Get This, Add Nail Product, Nail File, Today, 50% Off. Klickt der Link in Bio, Add. Und dann geben wir hier wieder den Page Name ein. Also in unserem Fall hier Nails. Weil da ist ja der Link drinnen. Wir könnten auch unseren eigenen Namen angeben. Aber besser ist es meiner Meinung nach, wir geben diesen hier an. Man kann auch seinen eigenen annehmen. Es spielt eigentlich keine Rolle. Add Nails und dann Link in Bio nochmal. Und dann war es das. Und unten sagen wir hier nochmal, You can also include your hashtags below or as a comment. Und dann bekommen wir nochmal zusätzliche Reichweite. Oder eine zweite Variante davon. Get This, unser Name wieder. Unser Produktname 50% Off. Und dann Only, der Preis, wie viel es kostet. Sagen wir es kostet 99. Today ending soon. Also ich habe immer diese Klammern für Variable. Variable Zahlen halt oder eingebaut. Oder Sachen halt, Variablen. Wo ihr dann eure eigenen Sachen eintragen könnt. Also die Klammern, wenn ihr das eingetragen habt, macht ihr die Klammern weg. Und dann habt ihr eure Caption. Klickt den Link in Bio. Und dann wieder hier diesen Pagename ein. Und dann Link in Bio. Und wenn dann mehrere Accounts sind, dann nochmal Post On. Und dann wieder, wenn der zweite Account heißt, dann wird Nails 2. Post On Nails 2. Und dann wieder das Ganze machen. Oder man sagt, Same Add As Above oder As On Add Nails. Und dann kann man ihr da eine andere Caption schicken. Oder wenn ihr auf dem anderen Account was anderes haben wollt. Wie ich zum Beispiel. Ich hatte mehrere Ad Creatives und hatte immer andere Sachen dann gesendet. Dann Stories. Und dann ladet ihr euch einfach eure Stories hoch. Und dann den Link. Und schickt den Link zu eurer Landingpage. Und dann gebt ihr noch diese zusätzlichen Infos an. Zum Beispiel, You can include your Hashtags as a comment below. Und Would be awesome if you could use the following as the last line of bio. Hier diesen Eingangsfragen. Und dann Shop hier. Das steht dann einfach in der Biografie vom Instagram Account drin. Als eine Art Call to Action. Und damit Leute das sofort sehen. Und ist hier nicht. Hilft euch nur weiter, wenn ihr das fragt. Und dann That's everything. Thanks. Und dann laden die hoch. Und dann fragt ihr, ob sie euch die Insights senden könnt. Und dann könnt ihr das validieren. Genau. Ich bin gerade drauf gekommen, dass ich euch gar nicht gezeigt habe, wie ich diese Pages dann analysiere. Ich habe jetzt in diesem Beispiel genommen. Wir nehmen Ad Nails her. Diesen Instagram Account für unsere Promo. Zuvor. Immer wenn ihr den Ding nehmt, dann validiert sie. Also ihr kopiert euch hier diesen Username. Geht auf diese Website. Ich habe sie euch auch hier im Doc verlinkt. www.inbeat.com Engagement Rate. Gebt hier den Ding ein. Den Handle. Dann bekommt ihr hier ganz viele Daten. Also wichtig sind hier die Follower. Also 251,7k. Hier seht ihr schon die Engagement Rate. Also unter 1%. Nicht empfehlenswert. Am besten ihr habt eine so hohe wie mögliche Engagement Rate. Aber wenn es über 200.000 Follower sind, dann ist eine größer als 2 Engagement Rate schon sehr gut. Eine 0,96 ist jetzt nicht empfehlenswert. Sie soll so hoch sein wie möglich natürlich. Aber wir sehen hier auch, sie bekommen im Durchschnitt 2,4k Likes. Was auch nicht schlecht ist. Also ihr bekommt eine gewisse Reichweite. Aber je mehr Engagement Rate ihr natürlich habt, desto besser ist das Ganze. Und es ist auch vielleicht manchmal besser auf kleine Accounts zu setzen, die so 10.000 bis 100.000 Follower haben. Und dafür eine hohe Engagement Rate bekommt ihr meistens einen besseren Preis für, also einen besseren Ergebnis für einen kleineren Preis, den ihr bezahlt. Wenn ihr das jetzt eingegeben habt und ihr wollt viele Pages haben, dann kopiert euch nochmal den Username und benutzt dieses Template, das ich hier gemacht habe. Ihr gebt hier das Datum ein von heute. Und wenn ihr das halt macht, dann bei Page Handle gebt ihr diesen Namen ein. Ich kopiere das Ganze immer. Dann haben wir hier 251,7k Follower. Follower in K gebt ihr dann einfach ein. 51,7. Dann Engagement Rate von 0,69. Package gebt ihr dann ein, welches Paket ihr bekommt. Zum Beispiel 24 Stunden Feed und Story zum Beispiel. Und dann bei Spend gebt ihr ein, wie viel ihr ausgegeben habt. Ich nehme jetzt mal an, die verlangen dafür 30 Dollar. Dann gebt ihr 30 Dollar ein oder natürlich Euro, wie ihr auch wollt. Und wenn ihr es schon bezahlt habt, dann nehmt ihr hier den Haken und kopiert ihn hier einfach rein. Zug bezahlt, dann wisst ihr immer, was ihr schon bezahlt habt und was nicht. Wenn ihr das auf ein bestimmtes Datum sozusagen gelegt habt, wie bei mir jetzt zum Beispiel auf den Montag, dann gebe ich hier ein Montag 11.1., nur damit ich es weiß und dann Delivered. Checkt ihr am Montag, ob sie wirklich hochgeladen haben und dann setzt ihr hier nochmal den Haken. Wenn nicht, dann fragt nach oder keine Ahnung. Ist auch nur zu eurem Gewissen, wenn ihr da richtig viele Pages habt, dann wisst ihr oft nicht, ob diese Delivered haben, diese und und und. Und bei Experience könnt ihr einfach reinschreiben, gute Kommunikation, guter Preis zum Beispiel. Genau, das ist das Template. Ich werde euch das in die Bio hauen, dann könnt ihr euch das downloaden, falls ihr das Ganze machen wollt. Und dann könnt ihr natürlich hier später die Summe zusammenzählen von eurem ganzen Adspend und habt das hier auf einem Ding zusammen. Und ich habe euch hier auch noch eine zweite Page gemacht mit Profitrechnung. Da könnt ihr dann einfach immer den Revenue von eurem Store eintragen, denn den Adspend, sagen wir von uns, wir können hier nachschauen. 30, wir können diesen Bezug nehmen, aber ich gebe es immer hard ein. Also hier 30 und dann können wir hier schreiben IG Pages, also wenn wir auf Instagram das Ganze gemacht haben. Dann könnt ihr hier eure Produktkosten eintragen, Korgs, Shop über Vieh und dann rechnet euch das Ganze hier den Profit aus. Und dann könnt ihr hier von mir aus noch auf Euro umkonvertieren. Ich mache es natürlich immer, also ich mache es immer in Dollar. Ich weiß nicht, wie ihr in der Hand habt. Genau, soviel zum Template. Ihr könnt euch das in der Beschreibung downloaden. Vielleicht müssen wir auf Instagram folgen. Also folgen wir auf jeden Fall auf Instagram. Gibt es immer coole Sachen in der Story. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal eine richtig gute Page. Also ich habe die Pages hier gefunden, die Daily Nails 31.van. Und ihr könnt hier, das ist zwar nicht so günstig, weil es eine Werbeanzeige ist, aber wenn ihr hier zum Beispiel am PC rüberscrollt, 17k Likes bei 240k Follower ist schon mal richtig krass viel. 4k Likes, 5k Likes, 16k Likes, also da kann man schon hier lesen, dass es eine gute Engagement Rate ist. Und wenn wir jetzt sicher gehen wollen, kopieren wir uns den Namen hier. Ich mache das wie gesagt immer am PC, weil es einfach leichter ist. Anschreibe am Handy, aber am PC dieses Auswerten. Genau, und hier bekommt ihr schon die Stats. Also 244k Follower und eine Engagement Rate von 7,24. Krass viel, also dieser Account lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr eine Promo machen wollt. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Circa 244k Follower und eine krasse Engagement Rate. Also das ist eine ziemlich, ziemlich gute Engagement Rate. Und ihr könnt hier auch sehen, geht nicht immer nur nach der Engagement Rate, weil ihr seht hier, ihr bekommt eine krasse Reichweite und der Post, also der Account ist krass aktiv und das kann nur ein Win eigentlich sein, wenn ihr diese Page nehmen würdet. Okay, kommen wir zu den letzten zwei Parts, die ich euch versprochen habe in diesem Video. Also wir haben hier alles schon fast durchgemacht auf die schnelle Art, außer eben bezahlen und Promo festlegen, aber das ist ziemlich selbstverständlich. Also bezahlt einfach mit Paypal Goods & Services, Paypal, die sollen euch eure Paypal E-Mail, ihre Paypal E-Mail geben und ihr bezahltet den einfach und sagt dann, hey, ich möchte Promo da und da und dann schickt ihr das hier, was wir schon durchgegangen sind und dann legt ihr das fest und dann haben wir hier noch Resultate auswerten. Nachdem gepostet wurde und nachdem die 24 Stunden vergangen sind, fragt ihr einfach, hey, can you send me the insights of my ad oder of the post? und dann schicken die euch einen Screenshot, der etwas so aussieht, zum Beispiel wie dieser hier. Also ich habe das bekommen von einem Account und was wichtig ist, ihr könnt euch das Engagement hier anschauen, was es bekommen hat. Und dann könnt ihr hier sehen, Profile Visits, 185 Leute sind auf das Profil gegangen und getrackt wurden vier Website-Klicks. Ist jetzt nicht das Beste. Wer weiß, vielleicht haben mehr Leute geklickt. Es sind auf jeden Fall 185 Leute aufs Profil gegangen. Was ihr hier noch sehen könnt, ist diese Reach. Also es sind 27.498 Leute hat dieser Post erreicht und 17% davon sind dem Account nicht gefolgt. Das heißt, die sind von irgendwelchen anderen Quellen gekommen, wie zum Beispiel von der Explore-Page. Und ich zeige euch gleich noch einen anderen Analytics-Screenshot, wo wir viel mehr sehen werden. Was wir hier sehen können, ist ein Ad-Post, der viral gegangen ist. Also wir sehen hier 12.000 Likes, 3600 Speicherungen, 74 Kommentare. Und da hier wird es interessant, also Interactions, Profil-Visits hatten wir 1.804. Das ist schon krass viel und Website-Klicks halt 161 und hier fast 280.000 Menschen hat dieser Post erreicht und 93 davon sind dem Account nicht gefolgt. Das heißt, dieser Account ist auf der Explore-Page platziert worden und hat somit viele, viele, viele Leute erreicht. Ist sozusagen viral gegangen. Und das ist möglich, weil es keine typische Dropshipping-Ad war. Das habe ich in meiner Case Study auch erwähnt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt sie hier ab. Ich habe sie hier oben rechts verlinkt. Und genau der Beitrag ist sozusagen viral gegangen und wir hatten richtig viele Website-Klicks und richtig sogar noch mehr wie das wahrscheinlich. Aber das hat Instagram halt nicht getrackt. Und so kann es ausgehen. Und so könnt ihr dann die Resultate auswerten und dann in eurem Sheet markieren. Ich hatte mal eine Spalte mit Insights, aber ich hatte so viele Promos gemacht, dass ich mir die Insights halt dann gespart habe. Ihr könnt hier noch sagen Insights und dann könnt ihr hier zum Beispiel, wenn diese Page, könnt ihr hier sagen 11k Likes und 70 Kommentare und von mir aus 160 Website-Klicks und irgendwie wie ihr das halt benennt. Einfach, dass ihr seht, welche Page hat sich gelohnt, für welchen Preis und dann habt ihr da noch die Insights. Also das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Jo, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Wenn ja, lasst ein Like da. Wie gesagt, bei 150 Likes mache ich diese eine Serie, wo wir einen kommenden neuen Store aufbauen mit einem neuen Produkt und dann auf Instagram Theme Pages die Ads schalten. Und wenn ihr das wollt, lasst ein Like da. abonniert den Channel, damit ihr es nicht verpasst. Würde mich mega freuen. Und ihr könnt mich immer auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Ich antworte da immer gerne und freue mich mit euch zu connecten. Also bis dann, haut rein. Tschüss.